einen wunderschönen guten tag und willkommen zurück hier bei gta dankeschön why city das ist irgendwie ziemlich cool dass das leuchtet ja wir müssen lands befreien und ich erinnere mich an diese mission ich habe sie schon damals gehasst das kann ich euch sagen ich versuche dieses mal einfach einen anderen wie glaube ich kommt mir irgendwie intelligenter vor und ja wir haben es immer noch ziemlich zu mir spät in der nacht und zwar weil ich sehe es gerade gar nicht 20 vor 20 vereins ja super ja ich suche mir mal die besten zeiten aus zum aufnehmen kann man nicht anders sagen aber ich habe noch motivation diese folge aufzunehmen und bock zumindest gerade und ja mal gucken ob das so alles klappt ich hoffe zumindest ich hoffe ich fahre jetzt mal hier lang ich bin mir nicht sicher ob das gut oder schlecht ist naja es ist wieder noch kann man glaube ich sagen ich würde gerade einfach mal versuchen die dudes zu überfahren glaube ich überfahren glaube ich oh shit oh shit ich habe überhaupt nicht auf meine gesundheit geachtet war nicht so intelligent das war nicht so intelligent ja nee das taxi bringt mir nichts müssen erstmal waffen kaufen aus dem weg okay also nummer drei ich erinnere mich halt dass diese mission sehr sehr nervig war das weiß ich noch also notiz an mich alles überfahren ist nicht der richtige weg obwohl es eigentlich ganz lustig war oh jesus take the wheel so gut dann einmal hier durch und einmal hier durch ob das sind was ein schlauer so 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 gut das haben wir jetzt immerhin schon mal geschafft das müssen wir erstmal nur waffen kaufen eigentlich würde ich nur ein bisschen was ja vielleicht das auch mal aber davon würde ich ein bisschen mehr mitnehmen und das natürlich nein tue ich nicht ich habe sich am polizisten überfahren hoppala so so ach man wieso wieso es ist immerhin schon mal ein passendes auto für uns na gut notiz an mich alle zu überfahren funktioniert nicht so gut weil die ziemlich krass waffen haben ja wir müssen uns durch schießen gibt keine andere möglichkeit aber der weg den ich eben hatte der war schon mal ganz gut gut so 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 wie das schon wieder anfängt aus dem weg so 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 perfekt mach mal die musik aus eigentlich kann ich die glaube ich auch so ganz ganz leise im hintergrund lassen weil sie halt so leise ist und ich die ganze Zeit noch am quatschen bin aber ich mache sie vorsichtshalber aus einfach nur für den fall der fälle man weiß nie ja dieses mal müssen wir uns also durch schießen die sache ist es halt so fucking knapp mit allem dass es eigentlich echt scheiße ist ich fahr dieses mal hier lang ich weiß nicht welcher weg jetzt schneller als ich glaube das letzten endes auch recht egal so okay die fangen halt jetzt schon an auf mich zu schießen die biestigen bitches ich danke davon nehme ich natürlich jetzt mit so gut es geht das ist klar wie viele auf einmal ankommen so anstrengend okay der ist down jetzt auf einmal wird er wieder lebendig ohne fahrzeug wird halt interessant zum glück steht hier eins habe ich gerade durch zufall gesehen kommt er oder muss ich ja auch noch vorfahren dem herrn wo ist er hin was stimmt nicht mit dir ist man am ende von gt y city gestorben ich weiß es nicht irgendwie hat das das gerade so ein bisschen impliziert finde ich ich habe gerade bock dieses spiel mal wieder zu spielen what the fuck wieso ist der mir einfach reingefahren und wieso fahren die alle diese coolen autos als ob die sich das alle leisten können okay uns verfolgt zumindest gerade keiner hoffentlich bleibt das so da vorne schon das krankenhaus perfekt gut ich denke mal eine mission können wir dann noch machen und ja diese mission werden wir natürlich jetzt nicht machen aus diversen gründen natürlich ich meine ich glaube das ist logisch dass wir es jetzt noch nicht machen ja wir müssen noch ein auto finden und ich würde sagen wir gehen jetzt mal zu dieser tante puli heißt puli nicht eigentlich chicken auf französisch ich bin mir nicht ganz sicher irgendwann mal französisch gelernt aber ich habe drei viertel wieder vergessen deswegen ungünstig oh man obwohl es eigentlich schon lustig war muss ich schon sagen das war jetzt nicht meine absicht will das mal haben ja okay cool ich muss nur erstmal hier zu der ich habe kein plan wer das ist mal gucken hello 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 come in my dear and rest your soul you must be the big bad man my granddaddy been chatting about tell me things about you you know when he visits and about the others who wait for you now we all dead from long time but you i wouldn't want to be in your shoes I got a message to come here. Can you hear them? Them calling your name, boy, must want you pretty bad, don't you think? Now you do all on to Pulea Turner. Maybe she help you. Maybe she can give you a little juju after all of this. Give you some magic to give the lawman the stink eye. Look, this is all very, um, give me what? I think I got the wrong address. Give me these things to me. The nasty proud Foo-Foo's. Mmm. Been making my boys shake their heads. Now they told the policeman where me been stashing my Powders. They think it drugs. Them stupid. Now be a good boy, Tommy, and go and get the Powders for Auntie Pulea. Yeah, yeah, sure, sure. Ich war noch nie in meinem Leben so verstört wie jetzt gerade, glaube ich. Ich weiß doch nicht mal, wo ich hin muss. Und das Auto ist auch ziemlich kacke. Oh Gott, wieder zum Schrottplatz. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ehrlich nicht. War mal hier lang. Ich weiß es nicht. Ist das richtig? Muss ich da oben drauf? Hm. Don't move a muscle, chump. Hallo. Steht da noch mein Auto von eben? Sieht ein bisschen so aus. Oh Gott, wo ist das? Es steht einfach... Es liegt einfach auf der Straße. Ja, moin. Lasst mein Auto in Ruhe. Bitte. Es ist schon kaputt. Rutes dem Auto doch nicht an. Das sind keine Drogen. Das ist nur mein... Gewürz. Für... Ich weiß es doch auch nicht. Frag mich nicht. Nein, nicht auf mich schießen. Das ist ganz böse. Nein, nein, nein. Ich geh mal hier lang. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich versuche mich gerade so kurz auszuruhen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Oh nein. Das ist auf der anderen Seite. Oh nein. Oh nein. Nicht machen. Nicht überfahren. Please don't. Oh nein. Au. Oh Gott. Oh Gott. Das FBI verfolgt mich. Und sie haben krasse Waffen. Krasse alles. Da oben ist ein Kopfstern. Aber wie soll ich da rankommen, bitte? Oh nein. Ich geh woanders lang. Ich geh woanders lang. Ähm. Oh Gott. Jetzt werde ich sowas von nicht überleben. Das ist sicher. Sag ich ja. Ähm. Das war crazy. Ähm. Ich hab keine Waffen mehr. Aber das ist prinzipiell nicht so schlimm. Für die Mission braucht man nicht wirklich Waffen. Ähm. Wir probieren es noch einmal, würde ich sagen. Oh Gott. So, ich drück schon mal weiter. Ich bräuchte halt nur ein cooleres Gefährt. So was zum Beispiel. Obwohl da rammt die mich bestimmt runter. Würde mich nicht wundern. Ich glaube, ich mache es tatsächlich so wie beim letzten Mal auch. Und parke einfach hier so. Dann kann ich dann nämlich einfach wieder runterspringen. Nein. Schluss. Aufsteigen. Aus dem Weg. Nein. Bitte nicht umbringen. Au. Oh. Ist mein Reifen kaputt? Oder war es einfach nur glitschig? Es war einfach nur glitschig. Okay. Der Reifen ist noch nicht kaputt. Ach. Es ist so glitschig. Ja gut, das ist jetzt ungünstig. Aber ich renne jetzt einfach kurz her. Oh Gott. Es gibt keinen Ausgang. Oh, doch da. Ungünstig. Am besten flüchtet man vor dem FBI einfach zu Fuß. Nein. Nein. Renn. Renn. Bitch. Renn. Renn so schnell du nur kannst. Oh, Lord. Jesus, take the wheel. 1000 Dollar dafür. Alles klar. Ich würde aber jetzt zurück auf die andere Insel fahren und dann speichern. Das war crazy. Das war sehr, 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 sehr crazy. Aber ich frage mich gerade, wieso man hier nicht schwimmen kann. Dann konnte man es aber im anderen Teil. Okay, der Teil ist hier aber auch anscheinend älter. Vielleicht hat das damit zu tun. Aber in GTA Liberty City Stories konnte man auch nicht schwimmen. Aber in Y City Stories meine ich schon. Crazy. Gut. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Zum Hotel und dann speichere ich und dann beende ich auch die Folge für heute. Das Auto kann einfach nicht schneller fahren als so. Oh Gott. Ist schon irgendwie ein bisschen nervig. Aus dem Weg. Perfekt. So. Gut. Dann speichere ich jetzt. Oh, diese Musik. So. Gut. Dann bin ich für heute raus. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Was hat die da um ihren Hals? What the fuck? Ähm. Ja, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, was hier noch so in dieser Stadt abgeht. Bis dahin.